So, dann gucken wir mal weiter, wie es jetzt geht, ey. So, hoch mit dir. Danke, so. Wir müssen... Erstmal hoch hier. Da hoch, erst mal, Entschuldigung, was? Na Gott, denn eben nicht. Tschüss. Wieder lebt noch. Nicht mehr. Ja. Doing. Ich glaube, ich bin der. Ja, schöne Heli. Machen wir deinen Heli ganz anders. So, der ist wohl weg vom Fenster. Der macht jetzt einen auch auf Heli. Der ist jetzt auch weg vom Fenster. Und weg. Der hier auch. Ich glaube, wir sind mittlerweile ziemlich überlevelt. Kann das sein? Mal, wenn hier die Gegner gerade mal erst um die Level 40 sind. Und ich bin der Level... 56? Ne, 46 oder sowas, glaub ich. Hab ich jetzt nicht drauf geguckt. Oh, hier geblieben. Guck mal, Alter. Da oben müssen wir hin. Können wir hier lang? Ja, können wir. Da lang. Was? Was? Gut, dann eben so. Daneben nicht. Keine Güte. Wenn die unbedingt ein Schild benutzen müssen. So, tschüss. Wenn die unbedingt Nerven brüllen. Was ist das? Ja, danke. Da rein. Falls man zwischendurch mal eine Vibration zu hören ist. Das ist mir letztens in den letzten paar Videos auch aufgefallen, dass eine Vibration immer wieder mal zu hören ist. Ich bin nebenbei Pokémon Go mit einem Pokéball Plus. Mit dem Pokéball Plus. Ups. Der... Zwischendurch einfach mal vibriert. So. Gibt's da was? Nö. Warte mal. Ups. Komm her. Danke. Mittlere Erholung. Dann mal los. Yeah. Stolper. Wieder nix drin ist. Schade. Da ist sowieso nix. Dann... kommen wir sowieso nicht weiter. Da ist eh nix. Dann müssen wir hier lang. Jetzt sind wir wieder hier. Ah. Guck mal hier. The second. Okay. Der war jetzt sehr billig. Danke. Volle Erholung bekommen. Okay. Gut. Was kommt jetzt? Was? Was? Naa. Niei-chan. Nandei-chan. Nandei-honnenka yomunda yo. Ehm. Mhm. So. Däta de ten soll sirene de zimestàście. Na also. Ja. Ch捨 paliers. Wie wir Environment nix. Wenn wir diereiche訊 airborne in deutschen Kainung. Was ist 존재이� Johns 好 credible? Es ist egal. Nei-jahn. An gang Paradise. - En diemoi nachschiedsca spirale Zimest gigs. - Ich weiß nicht, dass ich mein Name habe, EVE. Ich verstehe, wenn ich das so sage, dann würde ich EVE sein. Na, EVE? Was? Wenn ich das hier habe, dann gehen wir an. Ich denke, es ist sehr Spaß. Es ist nicht egal. Aber ich habe es nach dem Buch geschrieben. Und dann? Dann? Dann... Ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran! Ja? Das ist so. Schönen Dank Hallo Ich glaube es Hakt hier Versteckte sich in der Ecke Scheuert Jute Oh Hey das ist ein goldener Was Das sind wieder die goldenen Dinger Loll Au Gut Was ist ein Ähm Hallo Was ist das denn mit dem Ja Ja Danke Moin Aua Die kämpft da hinten Und Warte Weg Ist er weg Ist er weg Ist er weg Nein Die halten Ziemlich viel aus Hallo Wo ist der hin Da hin Ist der hinten Loll Alter wie schnell ist der Ich will den nochmal schnell hacken Danke Tschüss Ist er jetzt weg Nein Wie Was 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 Ist er der denn Auf einmal Aua Okay Was hat der denn Eben Auf einmal Geh Tschüss Boin Was 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 Wie lange will er das noch machen Okay Okay Oh da Vielleicht noch so ein Ding Ich bin... Das ist, wenn ich vor dem großen Krieg verabschiede habe, die die Stadt verabschiedet wurde, und die Stadt entgegen. Der eine ist schon mal weg. Die Musik ist voll traurig geworden. Das heißt, wir haben bisher eigentlich immer nur seine Familie zerstört oder was? Wie soll man das verstehen? Ja, da fliegt noch einer rum. Moment mal, seit wann sind die anders denn farbig? Seit wann haben die so eine komische Farbe? Die anderen Kugeln. Oder bilde ich mir das gerade noch ein? Was ist die Musik so traurig auf einmal? Da sind auch noch welche. Aber da gibt es wieder so einer von den roten Köpfen. Ganz komisch momentan. Hier. Dann mal los. Das ging fix. Stufe 47, auch nicht schlecht. Tschüss. Woher kommt der denn her? Oh, ich komme jetzt noch welche dazu. Aber warum ist die Musik traurig geworden? Das verstehe ich nicht so wirklich. Autsch. Autsch. Hütter! 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 Was ist das? Dann machen wir das wieder. Ah, die muss das jetzt hier, wird ja komplett anders ablaufen. Oh. Ah, ich schnell gehe nicht kaputt. Oh.